Musik 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 Ja, herzlich willkommen hier zum Part 3 von The Evil Viding. Ja, wo die uns hinschieben, fragt mich nicht. Ja, zumindest sind wir irgendwo in OP. Oder es klingt zumindest so. Ja, wo geht die gute Frau hin? Musik Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück in OP in ner Zelle. Sind wir wieder aufgewacht. Wir werden erstmal diesen Tisch hier durchsuchen. Ja, haben wir erstmal Zeug bekommen. Leichen gefunden, Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in El Revier. Also, mehrere ortsansätzliche Personen werden vermisst. Danke. Ja. Ja. So. Hallo? Jemand da? Ja. Ja. Hier sind ein paar Würmer. Hm. Ja, wo sind wir denn nun wieder gelandet? Hier in einem Gefängnis oder was? Ja. Äh. 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 Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Tja, wenn die mir jetzt noch ein zähes Wummer sind, wärst du um 100% schlauer. So. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufgefahren. Ja. Speichern möchte ich jetzt nicht. Oder... Er speichert automatisch. Okay. Ja. Dann werden wir mal durch diese Türe gehen hier. Und die Medizin. Was ist das für ein komischer Sessel? Es ist alles im All. Entfallen Sie sich. Nicht hier. Setzen Sie sich. Dann werden wir das mal tun. Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Wissen. Nein. Schock! Oh! So. Sehen Sie. Schon viel besser. Lady. Jetzt werde ich verrückt. Wie kommen Sie wieder? Ich warte auf Sie. Ich warte auf Sie. Okay. Okay, okay, okay. Wir sind zumindest wieder da, wo wir runtergesprungen sind. Äh, ja. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Ja. Was ist da? Kidman. Wo bist du? Ah. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Krang. Krang. Wird wir das mal nützen. Leertaste benutzen. Ja. So, zumindest haben wir jetzt mal ein bisschen Gesundheit mehr hier. Wer weiß, was wird es jetzt noch erwartet. Wir werden erstmal durch den Dünstler rum weit gehen hier. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Ja. Da ist zumindest Medizin. Ja. Wo zum Teufel geht es jetzt hier lang? Ah. Da ist ein Licht. Ein Licht. Eine Laterne. Oh. 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 Gut. Hey. Ja. Da ist irgendjemand drinne. Und frisst sich satt. Ah, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, 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 Waffe Adieu, du Zombie! Dreckischer Hund, du! Oh mein Gott, Carmine! Ja, da haben wir auch noch ein bisschen was! Ja, wie können wir denn jetzt hier mal was wechseln? Ohne, dass wir jetzt hier... Ah! Super! Können wir das auch noch gar nicht machen? Ich will doch jetzt nicht schießen! Ah! Ah! die tun aber nichts mehr gut dann werden wir jetzt mal weiter gehen wunderbar 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 wir haben hier grüne Paste kommen wir jetzt durch, nein kommen wir nicht aber wir kommen hier tut mir tut mir wolltest du mich gerade warnen? du bist Leslie oder? ich bin polizist kann ich dir helfen? wie bringe ich dich denn nur ins krankenhaus? krankenhaus, 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 krankenhaus verdankt noch mal gut also das wort krankenhaus nimmt er nicht positiv auf werden wir erstmal diese Sprengfalle entschärfen Gegenstand erhalten, Fallenteile erhalten, Fallenteile werden benötigt die Qualenarmbrust herzustellen das klingt schon mal sehr sehr gut die Qualenarmbrust so laufen wir weiter hier ja, werden wir jetzt erstmal hier drüber laufen oder haben wir da irgendwas vergessen was vielleicht nützlich sein könnte ne ok haben wir alles so dann laufen wir erstmal hier zu diesem Haus werden wir mal reingucken in die gute Stube werden wir mal reingucken in die gute Stube so nehmen wir jetzt noch das Buch mit hier ja, helle war's Spieglein, Spieglein an der Wand wer ist die schönste im ganzen Land wer ist die schönste im ganzen Land wie jetzt? ja, nicht nur du ja, jetzt sind wir wieder in dieser komischen Anstalt hier nur was das für einen Sinn hat weiß ich nicht zumindest sind die Würmer jetzt zumindest weg ich frage mich was hier der böse Traum ist geht es ihnen nicht gut? Mann hat die behoben so jetzt wird auch so ein komischer Spieglein hä? ja gut das ist ein Zusammenhang den ich jetzt nicht verstehe aber aber vielleicht ist das so eine Parallelwelt das könnte sein so, wo müssen wir denn jetzt? lang hier haben wir denn wieder eine ne, da bleibe ich jetzt nicht hin Laterne ne ja ja Ja, das ging irgendwie nicht jetzt, was die mir hier vorgeschlagen hatten. Werden wir ihn erstmal zu Gottoffelbrei hauen. Ja, dort ist er nicht, aber ich glaube, jetzt ist er dort. Gut, werden wir in diese Türe reingehen hier. Leert, hast der Kletter über Hindernisse und durch Fenster. So. Da unten ist ein Feuer. So. Und eine Tür. Ah. Schauen wir mal, was er löst. Hey, seid ihr wie aus der Gegend? Ich hab keine Ahnung wo. So. Kann nicht weiter. Ach. Oh. Ach. 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 Ja, das sieht nicht so gut aus jetzt, verflixt der Dreck. Ja, ich glaube auch dafür haben wir jetzt... Ja, werden wir ihn erstmal ablenken. Ah, verflixt. Nein, 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 nein. Ja. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja. 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 Ja, werden wir gleich noch in das Haus hier reingehen. Vielleicht finden wir da auch noch was. Streichelzer. Ja. Ja. Ja, werden wir ihn verbrennen. Ja. Und den auch gleich. Ja. 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 Verflixt und zu gefläht. Jetzt können wir noch hoffen und dass wir das hier überleben. Weil unsere Gesundheit sieht ja nun auch nicht mehr so blendend aus. Ja, ist alles ziemlich knapp gehalten. Aber das ist ja die Schwierigkeit hier. Ja, hier haben wir den nächsten. Patron haben wir leider keine mehr. Der hat eine Fackel in der Hand. Ist auch nicht gerade so berauschend. Wärme als erst mal. Nein! Ja, werden wir ihn hier vorlocken. Soweit wie es geht. Was war das? Leertaste nehmen. Eine Flasche. Könnten wir ihn vielleicht ablenken. Aber der sieht ziemlich gerissen aus mit seiner Fackel. Ja, zumindest hat er sich festgejudelt. Hau i kaputt, diese dreckige Lover und ich brenne. Und ich bin gleich tot. Ja, irgendwie kann ich diese Falle nicht entschärfen. Nein! 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 Flixt! Und zu, genäht! Ja. Zwei Kugeln haben wir wieder. Heilung haben wir keine. Aber das ist ja das Sinn des Spiels. Das ist ja die Schwierigkeit. Ich werde ihn erst mal versuchen. Ich werde ihn erst mal versuchen. Zuzukillen. Oder? Dreckischer Hütte-Säun! Ja! Ach Gott! Sauerei! So, verbrennen wir diesen Misthund. Und wir brauchen Medizin. Aber wo ist Medizin? Äh... Ah... Haben wir denn nichts mehr? Haben wir denn nichts mehr? Jach, eine Kugel haben wir noch. Ja. Danke. Ja. Ringel, Ringel, Reisel. Schau dir auf die Schneisel. So. Scheiß doch die Wandel. Ich möchte jetzt aber nicht riskieren, weil wir sind ja gleich wieder tot hier. Shit. Naja. Aber jetzt. Ja, das war klar. Ja, Freunde, würde ich sagen, treffen wir uns im vierten Port wieder. Wenn es heißt, hauen wir den Zombies ein auf die Mütze oder nicht. Ja. Bis dahin. Dankeschön.